Geschichten, die Eltern sagten ihrer Tochter auf der Intensivstation Liebewohl, als der Hund auftauchte und etwas herzzerreißendes tat. Die ideale Familie erlebt einen tragischen Unfall, der sie in ein düsteres und kaltes Krankenhauszimmer führt. Dort mussten die Eltern von Anna und ihr geliebter Hund ihren Mut zusammennehmen, um ihrer Tochter zum letzten Mal Liebewohl zu sagen, bis etwas Außergewöhnliches geschah. Könnte das Schicksal ihnen eine neue Chance bieten? Entdecken sie es jetzt in dieser berührenden Erzählung. Und wenn sie unseren Kanal bereits kennen und uns weiterhin unterstützen möchten, emotionale Videos zu bringen, dann helfen sie bitte, indem sie auf den Gefällt mir Knopf klicken. Wir werden dieses Video noch lange verfügbar halten. Jolanda und Pedro standen vor der Herausforderung, keine biologischen Kinder haben zu können. Jolanda versuchte alles, von medizinischen Behandlungen bis zu Aberglauben, Gebeten, Versprechen, Pilgerfahrten an heilige Orte und sogar eine Reise nach Jerusalem, stets mit der ständigen Unterstützung ihres Ehemannes. Ohne Erfolg und immer noch begierig darauf, Eltern zu werden, entschieden sie sich, nicht ein, sondern zwei Mädchen aus einem Waisenhaus zu adoptieren. Sie bereiteten sich darauf vor, das Heim in einer benachbarten Provinz zu besuchen, und Jolanda machte einfache Sandwiches mit hausgemachten Fleischbällchen, als plötzlich der Geruch für sie unerträglich wurde. Sie rannte zum Badezimmer, hielt sich den Mund zu und fühlte sich übel. Die Reise musste abgesagt werden und stattdessen gingen sie zu einer Klinik, wo herausgefunden wurde, dass Jolanda in der 16. Woche schwanger war. Pedro war fast vor Freude verrückt und die Gynäkologen drohten, die Sicherheit zu rufen, wenn er sich nicht beruhigte. Von diesem Tag an wechselten die Eheleute in den Wartemodus. Pedro rannte durch die Supermärkte und kaufte Käse, Obst und Gemüse ohne Konservierungsstoffe wie ein Eichhörnchen auf einem Bauernmarkt. Die Frau mit einem Hochschulabschluss in Pädagogik und 20 Jahren Erfahrung an einer Bildungsanrichtung stand bald vor einer weiteren Überraschung des Schicksals, ein Ultraschall zeigte, dass sie Zwillinge erwartete. Die Schwangerschaft war aufgrund ihres Alters schwierig, sie musste die meiste Zeit ruhen, aber die Leiden waren nicht umsonst. Zur gegebenen Zeit wurden zwei wunderbare Zwillingsprinzessinnen geboren, die ein schwieriges Leben voller Pflege und Probleme begannen, aber wunderbar glücklich waren. Die Töchter wurden nach den Großmüttern Lara und Aar benannt. Die Mädchen wuchsen ruhig und gesund auf, halfen ihren Eltern und bereiteten wenig Probleme. Sie entwickelten sich schneller als ihre Altersgenossen und waren ziemlich intelligent. Sie standen immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, wo auch immer sie hinkamen, obwohl sie unterschiedliche Persönlichkeiten hatten, waren sie immer sehr eng verbunden und schützten einander. Lara war sportlich und sehr gesellig, während Aar Bücher und die Natur liebte und die Einsamkeit bevorzugte. Beide Schwestern genossen es, Zeit miteinander zu verbringen, was eine starke spirituelle Verbindung zeigte. Die Jahre verdienen wie im Flug und die Mädchen wuchsen zu wahren Schönheiten heran. Lara hatte viele Verlierer und manipulierte sie nach Belieben. Sie führte ein aufregendes Leben, hatte den Meistertitel im Schwimmen erreicht und reiste gerne. Sie zog früh von zu Hause aus und reiste oft mit dem Sportteam der Stadt, während Aar andererseits ein häusliches Leben führte, fast zurückgezogen liebte, wenige Freunde hatte und selten die Stadt verließ. Sie mochte Reisen nicht. Aar hatte ein Lieblingshobby, das Kochen, und schuf Geschmackskunstwerke aus einfachen Produkten, füllte oft das Haus mit unglaublichen Aromen, zum Leidwesen von Lara, die immer, wenn sie zu Hause war, beschwerte, dass sie mit so viel köstlichem Essen nicht das Gewicht halten konnte. Aar liebte auch Tiere und brachte immer wieder ein Kätzchen mit einem gebrochenen Bein, einen Vogel mit einer verletzten Flügel oder einfach ein kleines bedürftiges Tier nach Hause, das sie auf der Straße gefunden hatte, und verwandelte ihr Haus in eine Rettungsstation. Sie hatten einen großen Labrador namens Tanda, das Lieblingstier von Anna, das ihr Vater ihr zum 15. Geburtstag geschenkt hatte. Drei Jahre waren vergangen und der süße Welpe auf seinen dicken Pfoten hatte das Herz des Mädchens erobert und war größer gewachsen als der Vater es sich vorgestellt hatte, und wurde als bester Freund und Beschützer von Anna bekannt. Während Anna die Gesellschaft ihres Hundes hatte, hatte sich Lara in einen ihrer Sportfreunde, André, verliebt und nun, da sie zusammen waren, benutzten sie nicht mehr den Bus der Sportföderation, der sie immer zu den Wettkämpfen brachte. Für mehr Komfort und gemeinsame Zeit beschlossen André und Lara, mit dem Auto zu den folgenden Meisterschaften zu reisen. Das Finale der Saison würde am Wochenende in der Nachbarstadt stattfinden, und da es ein wichtiges Datum für Lara war, bezeugte sie ihre Schwester, bei diesem Spiel dabei zu sein. Anna wollte zunächst nicht gehen, gab aber nach anhaltendem Drängen ihrer Schwester nach. In der Woche vor der Reise war Tanda extrem anhänglich und wich Anna keinen Moment von der Seite. Sie dachte daran, zu Hause zu bleiben und die Zuneigung ihres Hundes zu genießen, wollte aber die wichtige Reise nicht wegen Tandas Launen absagen und ihre Schwester verletzen. Am Tag der Reise verabschiedeten sie sich von den Eltern und Anna umarmte ihren Freund Tanda ausgiebig, bevor das Auto losfuhr. Sie schaute durch das hintere Fenster und winkte fröhlich mit der Hand, während das Auto wegfahren. Tanda stieß ein langgezogenes Heulen aus und eine Träne ran über seine Schnauze. Der Vater der Mädchen verspürte einen Schauer, er hatte noch nie zuvor einen Hund weinen sehen. André fuhr das Auto geschickt und sicher, und seine Freundin hatte keine Angst, auch als der Tachometer 100 Kilometer pro Stunde anzeigte. Während André und seine Beifahrerin fröhlich auf den Vordersitzen sprachen und lachten, beobachtete Anna die Landschaft von der Rückbank aus, umgeben von vielen Rucksäcken. Als er eine Kurve bemerkte, reduzierte er etwas die Geschwindigkeit wegen der gefährlichen Neigung, die vor ihnen lag. Es war Sommer und die Straße war trocken, es bestand keine Rutschgefahr. Das Auto bog geschickt in die scharfe Kurve ein, und dann fuhr plötzlich ein LKW mit einem schweren Anhänger auf die Gegenfahrbahn, schwankte von einer Seite zur anderen. Der Fahrer versuchte, das Fahrzeug zu kontrollieren, war jedoch nicht schnell genug. Der LKW zerquetschte buchstäblich Andrés silbernen Sedan. Kurze Zeit später trafen Rettungskräfte, Polizei und Krankenwagen am Ort des Unglücks ein. Anna war bewusstlos am Straßenrand, und die Bevölkerung hatte in einem Akt der Verzweiflung geschafft, sie von der Rückbank zu befreien. Als sie bemerkten, dass sie noch atmete, obwohl sie bewusstlos war, brachte der Krankenwagen mit schriller Sirene Anna schnell in die Stadt, während die Ärzte verzweifelt im Inneren des Fahrzeugs noch am Unfallort kämpften. Rettungskräfte und Feuerwehr mussten mit einem Schneidbrenner das Metall zerschneiden, um die beiden zerschmetterten Körper derer, die vorne im Auto saßen, zu bergen. André und Lara überlebten nicht, da der größte Aufprall vorne am Auto war. Als sie von der Nachricht erfuhren, waren Yolanda und Pedro am Boden zerstört, liefen jedoch zum Krankenhaus. Sie mussten stark bleiben, um für ihre Tochter zu kämpfen, die noch in kritischem Zustand war. Als sie im Krankenhaus ankamen, wurden die Eltern von Leonardo, dem Arzt, der Anna versorgte, empfangen und erfuhren von ihm, dass sie bereits zwei Operationen hinter sich hatte, aber um ihr Leben zu retten, war eine weitere dringende Operation zusammen mit einigen seltenen Medikamenten notwendig. Doch diese Medikamente und das neue Verfahren konnten nur privat durchgeführt werden und waren sehr teuer. Leonados Glaube an ein Wunder war so stark, dass die Mutter kaum über die Frage zögerte. Der Vater verkaufte das Auto, die Garage, wertvolle Ausrüstungen, alles, um den notwendigen Betrag aufzubringen. Zu Hause konnte Pedro die Tränen kaum zurückhalten, wenn er Tanda ansah. Er streichelte den Kopf des Hundes, der in diesem Moment mager und krank vor tiefer Trauer war. Er aß nichts, trank nur gelegentlich Wasser. Die Operation war nicht erfolgreich und brachte keine positiven Ergebnisse. Leonardo, vererdert, wiss seine Handschuhe ab und ging in den Ruheraum, denn er wollte nicht, dass jemand sah, wie er bitterlich weinte. Ein großer, junger und starker Mann weinte unkontrolliert, weil alles vergebens war. Pedro und Yolanda waren am Boden zerstört, die Hoffnung auf Besserung zerbrach. Es war Zeit, sich von ihrer Tochter zu verabschieden, da kein Geld mehr für einen weiteren Versuch einer neuen Operation oder für die Aufrechterhaltung der lebenserhaltenden Geräte vorhanden war. Sie gingen durch den Krankenhausflur, stützten einander, und als sie das Krankenhaus verließen, sagte Yolanda, dass auch Tanda sich verabschieden sollte. Leonardo gab nicht auf, er beschloss, alles zu verkaufen, was er besaß, einen Kredit aufzunehmen und war sogar bereit, eine Schweizer Bank auszurauben, aber er würde Annas Geräte nicht abschalten. Er musste nur auf die Eltern warten und ihnen die Nachricht überbringen. Anna musste leben, Punkt. Stunden später erhielt Leonardo einen Anruf, dass die Eltern der Patientin angekommen waren. Er eilte zum Zimmer, und Yolanda küßte Anna zum Abschied, während Pedro traurig dastand und weinte. Die Szene wurde von lauten Hundegebell vor dem Krankenhaus unterbrochen. Pedro hörte es, wusste, dass es Tanda war, und bat Leonardo schnell, dem Hund den Zutritt zu erlauben. Yolanda öffnete die Zimmertür, und der Hund rannte zum Bett des Mädchens und bellte so scharf vor Freude, dass alle wie erstarrt waren. Gleichzeitig lief der Hund hin und her, und niemand konnte seine Bewegungen verstehen, bis der Hund seine Pfoten auf das Bett legte und Annas Gesicht beschnüffelte. Direkt neben dem Ohr des Mädchens gab er ein sanftes Bellen von sich. Vor ihren Augen geschah ein Wunder, die Sensoren reagierten und zeigten an, dass sie aus dem Koma erwachte, während Annas Augen sich langsam öffneten. Eine leichte Brise der Hoffnung durchströmte den Raum, unter dem wachsamen Blick von Tanda, der neben ihrem Bett blieb. Sie erkannte den Ort nicht wieder, aber als sie das freundliche Gesicht ihres Hundes sah, flüsterte sie mit schwacher Stimme seinen Namen, Tanda, und fügte mit einem schwachen Lächeln hinzu, Ich habe dein Bellen gehört. Hallo. Leonardo und der Rest des Teams waren beeindruckt und begannen, Tanda zu streichen, der fröhlich begann, auf Leonardo zu springen und versuchte, vor Freude im Zimmer herum zu rennen. Die Szene verwandelte sich in ein heiter komisches Chaos, während das Team vergieblich versuchte, den Hund zu fangen, der nun durch die Krankenhausflore rannte. Tandas Energie wirkte wie eine wundersame Medizin und verbreitete ein Gefühl der Freude, das lange nicht in den sterilen Korridoren des Krankenhauses zu spüren war. In den folgenden Tagen erfuhr Anna von dem Verlust ihrer Schwester und ihres Schwagers. Trotz der tiefen Trauer erholte sie sich relativ gut, und Tanda nahm Angewicht zu, da er für drei errscht. Anas Erholung war bemerkenswert, vielleicht angetrieben durch die ständige und tröstende Präsenz von Tanda an ihrer Seite, während sie Tag für Tag an Kraft gewann. Tanda, der ihre Reise teilte, schien ebenfalls zu gedeihen, robust zu werden, während er die Essensreste von Anna mit großem Appetit verschlang. Tanda, obwohl erschöpft, kümmerte sich um ihre Tochter, Pedro gab sich den Enten hin, und Leonardo betreute die Patientin sowohl als Arzt als auch mit leidenschaftlichem Eifer. Er beschenkte das Mädchen mit Blumen und versuchte, sie mit Leckereien zu verwöhnen, die er selbst zubereitete. Leonardos Fürsorge ging über das Berufliche hinaus, die Liebe und Hingabe, die er Anna entgegenbrachte, waren greifbar. Jede Blume, jedes zubereitete Gericht war ein stilles Zeugnis seiner Gefühle und schuf Momente der Zerglichkeit, die die Seele ebenso nährten wie den Körper. Die Familie wusste nie, dass er alles verkauft hatte, um die Behandlung von Anna zu bezahlen, bevor Tanda sie auf wundersame Weise weckte, aber die Eltern sahen, wie er Anna anders als andere Patienten behandelte. In einer so schwierigen Situation wie dieser war Leonardos Liebe der Treibstoff dafür, dass Anna weiterhin Fortschritte machte. Anna verbrachte viel Zeit damit, mit Leonardo zu sprechen, und beide wussten bereits viel übereinander. Eines Tages, als sie einen Löffelsalat probierte, den er mitgebracht hatte, beurteilte sie Leonardos Kochkünste und neckte ihn mit einem schämischen Glitzern in den Augen. Hast du jemals davon geträumt, ein Restaurant zu eröffnen? Ich denke, du wärst ein großartiger Chef, vielleicht sogar besser als ich, sagte sie, was eine Mischung aus Überraschung und Freude auf Leonardos Gesicht hervorrief. Er lachte und schüttelte ungläubig den Kopf, während Anna einen weiteren Löffelsalat nahm und jeden Bissen genoss. Leonardo hatte kein Interesse daran, ein Restaurant zu eröffnen, aber er beabsichtigte, eine Familie mit ihr zu gründen, deshalb tat er etwas Bedeutendes in seinem Leben. Er hielt um ihre Hand an, und sie sagte freudig Ja, als Leonardo sich hinkniete und die kleine Schachtel mit dem Ring öffnete. Die Zeit schien still zu stehen. Anna, über die anfängliche Überraschung hinweg, antwortete mit einem begeisterten Ja und besiegelte ihr Engagement mit einem leidenschaftlichen Kuss. Tanda, der immer an ihrer Seite war, schloss sich der Feier mit fröhlichem Bellen an, versuchte erfolglos, die Gesichter der frisch Verlobten mit seiner Zunge und seinem Speichel zu erreichen, während Applaus und Glückwünsche durch das Zimmer halten. Die Ausdrücke auf den Gesichtern der Anwesenden waren eine Mischung aus Freude und Bewunderung. Annas Reise vom Koma bis zu diesem Moment der Feier symbolisierte einen Sieg nicht nur über körperliche Widrigkeiten, sondern auch über die Verzweiflung, die oft Momente der Krise begleitet. Als sie an den Verlust ihrer Schwester dachte, war der Ringtausch zwischen Anna und Leonardo nicht nur ein Ritual des Engagements, sondern ein Manifest des Glaubens an Liebe und Erholung. Die Atmosphäre war erfüllt von Hoffnung und Versprechen auf bessere Tage. In den folgenden Tagen verbreitete sich die Nachricht von Annas und Leonados Verlobung im Krankenhaus wie ein frischer Windhauch. Ärzte, Krankenschwestern und Patienten teilten die Freude des Paares und fanden in dieser Liebe eine Quelle der Inspiration. Jeder Besuch in Annas Zimmer wurde zu einer kleinen Feier, die den Glauben daran bekräftigte, dass selbst in den kalten Gängen eines Krankenhauses das Leben wunderbar gedeihen kann. Ihre Liebe brachte Licht an einen Ort, der oft von Unsicherheit und Schmerz geprägt war. Leonardo, der den positiven Einfluss seiner Beziehung zu Anna auf die Krankenhausumgebung erkannte, begann, kleine Überraschungen zu organisieren, um ihre Tage und die der Menschen um sie herum weiter zu erheitern. Er organisierte eine kleine Feier im Krankenhausgarten mit sanfter Musik im Hintergrund und einer Auswahl an leichten Gerichten, die er selbst zubereitet hatte. Dieses Ereignis feierte nicht nur ihre Liebe, sondern dankte auch der Krankenhausgemeinschaft, die Anna während ihrer Genesung so liebevoll unterstützt hatte. Am Tag des Ereignisses verwandelte sich der Garten in eine Oase der Freude und Dankbarkeit. Patienten, die ihre Zimmer verlassen konnten, gesellten sich zu den Mitarbeitern, bildeten ein vielfältiges und bewegtes Publikum. Anna, strahlend an der Seite von Leonardo, fühlte sich zutiefst dankbar für jedes freundliche Gesicht, das diesen besonderen Moment teilte. Die Feier war ein Zeugnis der Macht der Liebe, eine Erinnerung daran, dass selbst in den dunkelsten Momenten Gründe vorhanden sind, an das Gute und die Erholung zu glauben. Während die Nacht hereinbrach und die letzten Töne sanfter Musik in der frischen Luft des Gartens verhalten, gingen Anna und Leonardo langsam zurück zu ihrem Zimmer, Hand in Hand. Jeder Schritt symbolisierte ihre gemeinsame Reise. Das sanfte Licht der Laternen beleuchtete ihre Gesichter und spiegelte den milden Glanz ihrer zufriedenen Ausdrücke wider. Sie hielten einen Moment inne, sahen sich mit tiefer Anerkennung für alles, was sie gemeinsam überwunden hatten, an. In diesem Moment der Stille wurden ungesagte Versprechen mit einem Blick besiegelt, eine stille Verpflichtung, gemeinsam allem zu begegnen, was die Zukunft für sie bereithalten mochte. Dieser Moment, obwohl einfach, war voller Bedeutung und verkörperte das Wesen ihrer Liebe und die Stärke, die sie ineinander gefunden hatten, um Widrigkeiten zu begegnen. Glaubst du an die Kraft der Liebe und der Hoffnung, selbst den Tod zu überwinden? Wie denkst du, wäre es gewesen, wenn Tanda nicht ins Krankenhaus gekommen wäre? Wenn du an Leonardos Stelle wärst, hättest du den Mut, jemanden unter so herausfordernden Umständen um die Hand zu bitten? Erzählt uns in den Kommentaren. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören. Bis zu unserem nächsten Treffen.